Musik Jo Leute, nach einer langen Zeit haben wir endlich geschafft altes Live anzuspielen und zwar spiele ich mit dem Turu und dem Kevin.de und zwar habe ich mich der Polizeimacht hingegeben, bin ein Kadett in Ausbildung In Ausbildung bedeutet, ich habe wirklich das Spiel noch nie vorher gespielt und Kevin und Turu bringen mir das Spiel bei deswegen fläden mich nicht, wenn ich was falsch mache oder wenn ich noch etwas vergesse ihr könnt uns gerne Tipps geben, ihr wisst ja, wir nehmen mehr als nur eine Folge auf das bedeutet also, es könnte sein, dass wir die Sachen in den nächsten Folgen schon wissen vielleicht auch noch nicht Mac hat da einfach nicht zu viel, genießt das Ganze und viel Spaß bei dem Video Ein gecrashtes Fahrzeug ohne sichtbaren Eigentümer Immer durchsuchen ist immer wichtig Genau, einmal auf H in der Nähe des Autos Oder halt deine Und dann durchsuche Genau Du kannst auch mal die Zulassung immer anschauen, wem die gehört Ich suche Fahrzeug Ounas Delta Ist das hier nicht ein Verbrechen? Ist das nicht ein ganz schweres Delikt? Müllablassung Das ist eigentlich Sachbeschädigung schon Ich sehe auch kein Kennzeichen, also du hast die mal zugelassen Und der fährt hier vorne, der ist ohne Reifen gefahren, der fährt nur auf Helgen rum Das ist auch höchstkriminell Ich glaube, die Tieferlegung ist auch ein bisschen krass Das ist der Straßenbeschädigung Außerdem ist die Wiese hier unter Naturschutz Ist der Motor noch an? Ist das hier Lärmbelästigung? Tatsache Der läuft tatsächlich noch, holy shit Mooka, finde mal den Eigentümer raus Ich schau mal in der Willis Du musst einfach nur auf H und dann auf Z Oh, das habe ich schon gemacht Das ist so ein Deldon Deldon Ist leider noch nicht als Verbrecher markiert Na gut, dann versuchen wir uns den Namen mal zu merken Und wenn der uns begegnet, können wir ihn ja mal darauf ansprechen Hast du gehört, du? Was denn? Ich soll zur Kasse 1 kommen, T-Doc möchte mich sprechen Ja, dann kannst du jetzt die Karre beschlagnahmen Ähm, neues mit K, dann einfach beschlagnahmen Ich hab noch einen Kaffee Genau Kommt, der da, dein Genre war Ich heiße Angela Wie bei Dragon Ball in so eine kleine Kapsel Die hat Bulma erfunden Die alte Ho Okay, deine erste Amtshandlung ist vollendet Ich sehe noch ein Stück weiter noch einen blauen Geländewagen Den habe ich gerade auch gesehen Aber ich möchte mal ganz kurz den Sideshet testen Hört ihr mich? Ja Okay, perfekt Wollen wir hinlaufen? Wollen wir Ach, wir sind doch faule Cops Hör mal Das Kerosin wird von den Bürgern bezahlt Das passt Steuern Als Polizist kannst du dann mit F eine Sirene anmachen in einem Fahrzeug Selbst ein Helikopter? Ja, ist ultra realistisch Ähm, mit Shift und F kannst du dann so dieses Yelp anmachen, dieses Schnellleiterre Damit die Leute halt wissen, dass du es ernst meinst und wenn das Fahrzeug... Schnell was? Moment, dieses Geräusch hier Achso Oh Also wir haben zwei Hör mal, jetzt meinst du es aber ernst hier Ja Schau mal, hier hat schon einen bösen Blick aufgesetzt Und wenn das Fahrzeug über eine Sirene verfügt, über ein Blaulicht verfügt, dann ist dieses auf Shift und L Wie Lutscher Okay Sowas werde ich mir niemals mehr merken Und niemals im Spiel benutzen Nö, ganz nützlich eigentlich Das Blaulicht ist ganz cool eigentlich So, hier ist ein Rebellen auf Rot Ja Auf Rot Vielleicht mal beide abchecken Oder so Kein Parkschein Kein Parkschein Auch noch Aber das soll gecheatet sein, aber es ist nicht gecheatet Das ist ein Bug Warte, dann schau ich mal nach Ah Ah Zulassung Auch Cheatmeldung Mach doch immer mal einen Testfab mit dem Teil Hier ist Philipp Oh mein Gott Hast du ein Muckabblatt gemacht? Nein, nein, alles cool Ist irgendwas Illegales im Fahrzeug, Muckabblatt? Nene, der ist leer hier Dann kannst du ihn impounden, wenn du möchtest Also beschlagnahmen, weil das bringt dir auch immer ein bisschen Geld Okay Und hier fahren die Leute hin mit dem Fahrzeug Kaufen sich ein Heli und lassen das Fahrzeug dann einfach stehen Okay Mach den hier auch weg Jetzt hast du da irgendwas kaputt Ja, ich hab ne Scheibe zerschossen Ich hab's weggepackt Hoffentlich merkt's keiner Hier vorne stehen nämlich noch mehr Fahrzeuge rum Bin ich auch mal geschlagen Mir leg die auch nicht Das ist Gunmaster Oh nein, T-Dog, tut du Rette mich vor ihm Wie ist er hierher gekommen? Gunmaster hat den hergebracht Hier ist ein Bandit Hier ist ein Bandit Hier ist ein Bandit Hier ist ein Bandit T-Dog Ich räum hier vorne gerade auf, da stehen auch noch Quads und so ein Gedöns rum Äh, abgelehnt Sie sind zu klein So fett Da ist kein Ingame nach Lachsmann Der sieht ziemlich gefährlich aus Ja, der hat aber keine Waffe Den kannst du mal durchsuchen Gehst du mal hin Es ist Shift-R Dann kannst du ihn festnehmen Ja Die werden jetzt mal zu Testzwecken festgenommen So, ein Testabjekt haben wir hier Wunderbar Wenn die Handschellen zu eng sind, tut mir leid, der Kollege übt erst noch Ich kann Waffe beschlägen Ne, das machst du nicht, da ist alles weg, was er hat Ja, das ist nur ein Bug Okay Und dann wieder mit, äh Kann, ne? Durchsuchen Kannst auch mal durchsuchen, äh, Lizenzen und so, was er hat Was haben sie denn so schönes, da? Schauen wir doch mal Illegale Items, keine Wollen wir denen schnell was unterjubeln? Hat der noch was dabei? Ich hab leider nichts dabei Ich war leider nichts dabei Jetzt sieht ja soweit alles ganz sauber aus Jetzt haben wir einen Lizenzen schicken Bis auf die dreckige Unterhose Da würde ich sagen, ein Dollar, äh, ja Die haben wir auf jeden Fall mal drin Rebellion Training sehe ich da Aha, ist das nicht illegal? Ne, das wissen wir eigentlich nicht Okay Und dann, wie kann ich das entfesseln, ne? Genau Okay, heute haben sie Glück gehabt, Herr T-Doc Aber wir haben sie im Auge Ich bin nicht zu fähig auf der One-Tip-Distone, oder? Ne, ne Kann man dann auch in seine Tasche reingucken Und ob man gucken kann, ob der Nur ein Rucksack, glaube ich Ja, ein Rucksack halt, genau Aber woanders können sie die Waffe auch nicht verstecken Die große, also Okay Es sei denn, die haben von dem korrupten Kopf ein Holster Na, das ist eher selten Jetzt wollen wir vielleicht mal drüben, die wir abliegen, also, Tudu Bin ich dabei Oder wir fliegen mal zu einem Kontrollpum-Kontrollpum-Niedersehen Cannabis-Plontage Nein Nein Kommt rein Mal schauen, was uns wieder begegnet Wir sind doch noch nicht mehr gestartet Ich sehe schon, dass es so einer, der uns noch öfter begegnen wird Ich glaube, er auch Und das ist hier der Airport, oder? Ja Da können die Leute Hubschauer kaufen Nein Da habe ich Angst, platt geflogen zu werden Ich teste mal, wo haben wir denn hier einen Nein Testlabor Also, wenn man Sachen beschlagnahmt Steht das immer im Chat, wie ich das sehe Genau Genau Wenn du ein Fahrzeug beschlagnahmst Oder wenn du ein Fahrzeug besuchst Und da irgendwas Illegales drin war Kokainverarbeitung war gerade jemand Bogenhändler gibt es einen bei Sofia Bogenhändler gibt es einen ganz unten Bei DP25 Lieg mal hoch zum Salzhändler Vielleicht ist da ja wieder jemand Und macht Radau Ich guck mal, Markt Bezahlen So, Benzin Was geht am besten? Bretter gehen gut Salz habe ich vorhin ganz oft im Chat gelesen Dass da gekämpft wird Das Es gab doch nur Kurzwasser, um die Waffe sofort wegzulegen, oder? Ähm, das ist eine gute Frage Damit übersteigst du meinen Kenntnisstand Benzin und Bretter gehen am besten für du Ja, aber da hört man nichts in den Nachrichten Von wegen, wir haben Benzinhändler überfallen, oder so Falls wir fast am wenigsten Schau mal auf die Map, wie viele Fahrzeuge da sind Ja, gar keine Drei Stück Einzelne Luft Da oben TMS, Nico Kannst du den mal untersuchen? Oder schauen, ob der auf der Wanted Liste ist Der war, glaube ich, auf der Wanted Liste Der Howard hier so Frech Sebastian ist drauf TMS TMS Sebastian Sie sind bestimmt zusammen hier Dafür bedächtig schon Oh, ich schreib dir mal an, er soll landen, ja? Ja Ich mach mal Sirene an TMS Sebastian ist wegen Personen Mgau Angeklärt Wie habt ihr denn jetzt sehen können, dass es der Sebastian ist? Ja, wenn du am Maustrad drehst, zum Beispiel, und dann siehst du den Namen. Aber der ist allein im Heli. Egal, denn das suchen wir trotzdem. Kannst du die Polizei bitte landen? Noch keine Anstalten irgendwie. Das ist ziemlich nah bei mir, holy shit. Ja, finde ich auch. Wie ist das mit KS? Dürfen die Leute uns beschießen? Ja, man sollte zumindest irgendwie eine Warnung geben. Okay, und wie ist das zwischen den Gebellen und der Polizei? Zwischen den ganz bösen Gebellen? Ja, eigentlich auch. Eigentlich nur mit Warnung, aber das ist halt immer ein wenig schwammig. Das ist immer so eine situationsabhängige Geschichte. So, also der Schein... Frank Richter ist im Ocker. Frank Richter. Also dem... See gehen nach. Da kommt noch ein Helikopter angeflogen. Ja, das ist der Ockergrad. Frank Richter. Jetzt schreibt er mir, der T-Doc. Nein! So, alle mal schnell aussteigen. Den Sie gehen nach zu... zu sagen, oder kann ich entnehmen, dass du das ernst meinst? Der Helikopter meint es ernst. Das war das ernst zu nehmen, den Geräusch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was war denn das? Okay, ich wiederhole... Ich wiederhole mich in 10 Sekunden. Ja, das war ne Kativa, oder? Ja, das ist illegal. Dann ist die illegal. Oh, 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 oh. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Bla, 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 wer sind wir? TMS Nico und Und welcher kommt gerade? Welcher ist denn das? Sebastian, Sebastian soll kommen, dann können wir das klären Wir benötigen nämlich mal den TMS Sebastian TMS Sebastian, so Das ist aber schlecht Er wird polizeilich gesucht Das darf ich Ihnen so nicht sagen Also die Waffe beschlagnahmen wir jetzt Oder der Mucke halt Und gibt ihm ein Ticket, ne? Warte mal Also Nico Hören Sie mir zu Ich werde Sie jetzt positionieren Wir werden uns hinter Sie stellen Dann werde ich Sie entfesseln Und Sie lassen die Waffe fallen Sie legen die Waffe weg Haben Sie mich verstanden? Wenn Sie irgendwas anderes machen Als die Waffe wegzulegen Wie zum Beispiel sich zu drehen Oder umzuschauen Oder zu niesen Oder am Po zu kratzen Werden wir instant das Feuer auf Sie eröffnen Scharf Scharf Nicht Ziege Scharf Haben Sie mich verstanden? So bestätigen Sie mir dies mit einem Ja Nicht mit einem Ja Sondern mit einem Ja Wunderbar So Dann stellen wir ihn nochmal hin So So Alle Mann bitte auf ihn zielen Ich nehme mal trotzdem den Taser in die Hand So Ich werde Sie jetzt entfesseln Sie legen die Waffe weg Und dann entfernen Sie sich Zwei Schritte nach hinten Verstanden? Nach hinten Zur Verbahnung Durchgehen lassen Und jetzt zwei Schritte zurück Das waren drei Aber egal Das war in Ordnung So Muka Ich würde sagen So Wir besprechen uns jetzt kurz Über das Strafmaß Und dann wird sich mein Kollege Mit Ihnen in Verbindung setzen Ich habe den Rucksack Ich komme Ihnen einen Autor angedießt Was soll ich denn erst Wenn ich Sebastian's Wagen Muss ich mal Polizei melden Wenn er sich stellen möchte Kann er gerne hierher kommen Er wird gesucht Also Wie hoch war das Ticket angesetzt? 40, 50? Ja Kannst du ein bisschen individuell machen Ja Ich würde sagen Dadurch dass er sich dann auch gestellt hat Und hier die Waffe dann auch gedroppt hat Würde ich sagen 20 oder 30.000 Muka Ich würde 20.000 vorschlagen Weil er ja seinen Kollegen noch Er hat uns ja ein bisschen mitgebracht Er hat ja gesagt Alle TMS sind zur Zeit mit stärkeren Waffen unterwegs Die eigentlich nicht in zivile Hände gehören Bleiben einen Moment bitte Wir müssen ja diese Kooperation mit ihm mit beeilen Ja Er hat auf jeden Fall gut mitgemacht Gehen bitte alleine Der ist jetzt gerade am Diafarm Okay alles klar So folgendes Wir haben uns auf ein Strafmaß geeinigt Vorher gesehen für ihr Vergehen waren 40.000 bis 50.000 Aber da sie sich kooperativ verhalten haben Wird mein Kollege ihnen dahingehend entgegen kommen Nun übernimmt Sergeant Muka das Wort Ja Also wir haben uns geeinigt Auf 15.000 Da sie Oh Schnäppchen Eingegangen sind Wie mache ich denn das? Du gehst mit H Und ich hoffe Diese 15.000 werden ihnen eine Lede sein Dass sie Wirklich von illegalen Sachen Komplett Sich fernhalten werden In der Zukunft Du drückst halt Also dein Aktionsmenü auf ihn Dann Ticket Spieler Und dann gibst du den Betrag ein Was der überall Was der alles für Lizenzen hat Holy Shit Dann musst du halt schauen Ob er das unten links steht Dann ob er es bezahlt hat Oder abgelehnt Aber wir sehen das ja auch Liebe Ticket 15.000 Das Ticket ist ausgestellt Und ich möchte Ihnen auch sagen Das letzte Mal Dass wir so gnädig sind Nächstes Mal werden sie All ihre Sachen verlieren Und Was noch? Ihre Ehre Und ihre Ehre Werden sie verlieren Ja der Kollege ist noch In der Ausbildung Wir machen nur ein bisschen Druck Also wir müssen was wissen Wir können ja nicht so Spielsachen machen Also er hat bezahlt Okay Gut Eine abschließende Frage Hätte ich noch an sie Ja Warum haben sie hier so Über den Salz Trailer gehovert? Da Mein Kumpel Also der aus meinem Clan Gerade eine Salzbuche macht Und ich gucke Dass da keiner überfällt Okay Und was hätten sie dann gemacht Wenn er überfallen hätte? Selbst Justiz? Ich hätte ihn einfach bedroht Und dann wären wir wieder weggeflogen Das ist Die hätten die Polizei gerufen Das hätten sie getan Jawohl Ja auch Wahrscheinlich Natürlich So hoch So hoch wie ich war Hätte ich wahrscheinlich schon die Polizei gerufen Da wäre ich nicht so schnell runtergekommen Okay Alles klar Dann steht einer Alles klar Dann steht ihrer Weiteren Werdegang Nichts mehr im Weg Wir möchten sie bitten Sich von sämtlichen Illegalitäten Zu distanzieren Und Hoffentlich nicht Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen DTL gibt's hier Buka hast du gut gemacht Ja nice DTL haben wir nicht Was hier abgeht beim Salz Ja ich sag dir Hier ist Alles und jeder am Salz Da sind eben 3 oder 2 Laster weggefahren Was ist jetzt bei mir los? Warum? Hast du einen Schaden oder was? Ah ich sitz außen Nice Was will er? Was sagt er? Ich hab mein Spiel schon wieder leise gemacht Ob wir da bleiben können? Weswegen? Weiß nicht Er ist jetzt gerade mit seinem Hemet Handelt einer Und da ist jemand Das sind welche im Wasser Du du komm Wir fliegen mal das Wasser Okay Wir werden uns das mal anschauen Jones Mit Bewaffnung Er schießt auf ihn Joe das ist der Joe Dann brauchen wir nicht hinfliegen Sollen wir so hinlaufen Wäre vielleicht schlauer oder? Aber bis wir da sind Tut das immer platt Ja dann los Reih mit euch Also Ja wir laufen einfach Wir sind schon Ich glaube auch Fliegst du mal fort Du um das dann oben aufzuklären Also am Wasser ja? Jo er schießt irgendwie Ja Vor dem Hafen oder danach? Das weiß ich nicht Mehr hat er nicht gesagt Soll anscheinend Am Händler Am Händler Am Händler Am Händler Der Hemme tritt schon ab Ich sehe hier am Wasser Im Moment keinen Ist hoch Anscheinend hochgelaufen In die Richtung Trau mich aber auch nicht Hier stehen zu bleiben Wenn die hier gleich schießen Anscheinend nur eine Person Dürfen wir denn auf den schießen Jetzt oder? Äh wenn er auf uns schießt Ja ich würde erstmal Mal einen Taser versuchen Wenn es geht Dann mal erst versuchen Zu tasern Aber du hast keinen Taser Oder? Doch das ist der Okay Das ist der An die großen Gebäude Herangelaufen Da wo ihr hinlauft? Ja genau In unsere Laufrichtung Ah ich sehe ihn drin Er ist in dem großen Gebäude Ja er erwartet uns doch nicht Und fliegt das ganze Mal ein bisschen Soll ich mal da hingehen Und versuchen mit dem zu verhandeln Aber Er ist hinten wieder raus Da sind zwei Da sind zwei Mindestens Einer ist drin Einer ist bei mir An der äußeren Mauerseite Ist der oben oder unten? Ne die sind beide jetzt draußen An der Mauer Hier auf meiner Seite Der eine ist innen Der andere ist außen Versuch mal von hier oben zu Taser Der eine ist ins Eck Innen An zwei Büschen Und der andere ist außerhalb Achtung dieses Gebäude Ist umstellt Die sind nicht mehr drin Mucker Nein Ja der eine läuft Der eine läuft hier weiter nach außen Jetzt kommt er zurück Der kommt zurück Vorsicht Wer ist denn da am Busch? Ich bin aus Der kommt jetzt von links an der Mauer Von links von dir Mucker Ok ok Da steht er jetzt an der Mauer Nein Nein rechts rechts Der läuft zu dir Der läuft zu dir Rechts von dir Wenn ich schieße auf ihn Mucker Ist egal Voll drauf Halt Stehen bleiben Ich bin tot Kaser ihn Oder schieße ihn Ja du hast ihn Der andere ist da noch an der Mauer Ich bin tot Ok Der andere ist noch an der Mauer Ja Der hat den Mucker getötet Der hat mich gekillt An der Mauer ist er Die sinkt bei mir Ja Wo genau An der Seite Oder auf der gegenüberliegenden Ungefähr auf meiner Höhe Auf der Außenseite Oh ich werde auch geschossen Ok Ich bin down Alter VDJ Leute das gibt Ärger Der ist tot Mucker macht ein Vibrator Weiß man Mucker weiter so Das sind noch mehr Vorsicht Ok So jetzt ist halt leider New Life Regel Ja wir müssen warten Mucker packt das Also die beiden Habe ich hier Bestraft Er startet noch ein Helikopter Weißt du was mit dem Helikopter war Ähm Welcher Kannst den anscrollen Da müsstest du stehen wer das ist Ich werde es mir mal anschauen Da fliegt einer los Ne der ist zu weit weg Ist meiner in die Luft geflogen Mucker Deiner ist explodiert Ja Kevin wo bist du Oh ja wieder RHQ Ja da bin ich auch Oh ne Ich hätte gleich schießen sollen Aber ich habe erstmal getasert Ja es waren ja dann nur zwei Aber irgendwie kamen dann von hinten noch welche Ne der Der links weggelaufen ist Der hat mich gekillt Und dann hat Mucker ihn gekillt Hier ist ein Auto mit zwei Leuten gekommen Ich hoffe die looten nicht Weil das Dez hängt mir Bei mir eigentlich in die Luft Mensch der arme Mucker Ey Ist gerade ganz allein Mach das Hängt da ein bisschen aufgeschmissen Da hinten kommen wieder ein paar Leute angelaufen Es war natürlich jetzt immer so eine Sache mit KOS und alles Ne Wenn man nicht weiß wer zu wem gehört Gut im Moment ist im Moment ist Gefechtsmodus Also alles was bewaffnet ist Ist definitiv erstmal eine Bedrohung für dich Und da würde dir keiner was übel nehmen können dürfen Wenn du da was abschießt Zumal das ja nicht unbedingt Roleplay war Dass die einfach ohne irgendein Wort auf uns geschossen haben Ja aber die haben auch nach unten geschossen Und deswegen habe ich den einen direkt getasert Mucker hat ja noch geschrien Von wegen Polizei Gebäude umstellt Ich habe den vorher auch noch gesehen Wurde er auf dich geguckt Aber ich habe noch versucht dem zu sagen Er soll die Waffe loslassen Und mir hat er schon Oder fallen lassen Hat er aber schon geschossen gehabt Ich habe den einen halt noch mit dem Taser nochmal Versuchst du Taser uns das zweite Mal Weil er wieder aufgestanden ist Und dann habe ich direkt einen Schuss von hinten gefangen Oder von der Seite Ich weiß aber nicht dass der mich gesehen hat Niko Niko ist der von gerade eben Den wir gefragt haben Weil da war eben noch ein Helikopter Ich dachte das wäre der Niko Nein Er ist dispawnd Pass auf Da sind zwei Leute ausgestiegen Mit gutem Haben keine Waffen gehabt Wir hatten keine Waffen Sind aber nach unten gelaufen Wir haben keine Waffen Ja die machen ganz normal Salz Okay Tobias Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit Warum sagt mir Tobias was Also hier diese Leute Die euch im Angriff haben Die haben schon zum zweiten Mal Hat er gesagt Heute die KWs Würden sie das dann so weiterleiten Den Random Kill Weil laut Regen ist das ja eigentlich schon erlaubt Und der hat schon scheinmal Random Kill Der ist als Traitor Und wir stehen jetzt irgendwie Interaktion aus Jo das werden wir natürlich tun Wie machen wir nochmal den Namen Ja äh VZM Joe Ja okay Dann haben wir hier schon auf der Grund Ich glaube ich werde das nochmal weitergeben Das auf jeden Fall mal ermahnt Jo das wäre nett Dann wünsche ich noch einen schönen Tag euch beiden Jo genau Tschüss Tschüss Schönen Tag noch Jo Leute Bitte vergessen Ich habe das Spiel zum ersten Mal gespielt Deswegen seid mir nicht böse Wenn ich den einen oder anderen Fehler gemacht habe Ich hoffe das wird sich in den nächsten Folgen klären Wann ihr kommen kann ich nicht sagen Wird ziemlich unregelmäßig passiert Aber es wird auf jeden Fall altes Live folgen Wir haben ordentlich was zusammen aufgenommen Und ja Seid gespannt Falls euch das Video gefallen hat Dann lasst doch bitte einen Daumen da oben da Oder einen Kommentar Hier oben habt ihr jetzt noch eine oder alte In der Z-Folgen Und unten die letzte Origins Folge Haut rein Bis zum nächsten Mal Tschüss